Hallo und herzlich willkommen zur Dovatec Hard & Do Series Germany mit dem 60 Sekunden Preview. Mit Grimmelschau am Wochenende starten wir in die fünfte Saison der Hard & Do Series Germany. Dieses Jahr sind viele neue Fahrer dabei, die den Titelverteidiger Leon Henschel herausfordern wollen und die Stirn bieten wollen. Neu dabei sind unter anderem die Weltmeisterin Maria Franke und die zwei deutschen Top-Fahrer Chris Gundermann und Robert Riedel. Volles Programm wird geboten in Grimmelschau mit dem SOC am Samstag und am Abend mit dem Super Enduro, der Hard & Do Series Germany und anschließend mit der Race Party mit dem Power. Der Renntag am Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Gibson Tires Prolog Award, gefolgt von der Autogrammstunde in der EVS Sports Hesk Village. Die Eintrittspreise fürs Wochenende betragen 6 Euro, für den Sonntag 4 Euro. Kinder bis 16 Jahre sind frei. Aktuelle Infos findet ihr auf unserem Social Media Kanäle.